Hallo meine Radfreunde und Wanderfreunde. Ja heute ist ein ganz besonderer Tag. Genau vor zehn Jahren 2014 ist mein Kanal online gegangen. Ja früher waren wir oft in Bischofsgrün, Fichtelgebiete, Frankewald, Landkreis Hof auf Wanderschaft. Heute haben wir ganz was besonderes gemacht. Genau vor zehn Jahren habe ich hier meine erste Filme gemacht in der Talsperre Maut. Da sind wir regelmäßig. Einmal im Jahr sind wir hier, weil es eine wunderschöne Natur ist und Landschaft ist in der Talsperre. Und die Talsperre ist im Landkreis Kronach. Ja und zehn Jahre Bergwolf heißt viel erlebt, viele Abenteuer gemacht. Die letzten Jahre haben meine Freizeitertiefigkeit sich massiv verändert. Vom Analog-Fahrradfahrer ist auf E-Bike. Ja das macht auch Spaß. Ganz viel in der Talsperre Region sind wir unterwegs. Hier ist am Freitag machen wir, oder ich mache am Freitag eine schöne Radreise. Westböme. Das hier ist Franzbad, Talsbad, Marinebad. Und dann geht es wieder so nach Franzbad. Klappt 350 Kilometer. Da freue ich mich schon. Das wird eine tolle Radreise. Wettermäßig passt es auch. Zehn Jahre Bergwolf heißt auch. Dankeschön an euch alle, wo ihr mich begleitet immer. Dankeschön nach Bischofsruhen für die wunderschöne Zeit, was wir da erlebt haben. Ganz besonders an Herr Sav. Ja, da ist eine Freundschaft erstanden. Und ja, was machen wir heute noch? Wochenende machen ist auch unkursfertig. Bei 30 Grad. Es geht von der Temperatur. Und ja, und da freue ich mich auf die nächste zehn Jahre. Und dann schauen wir mal, was wir noch alles die letzte Jahre, die nächste Jahre erleben. Auf die Radreise. Nächste Jahr machen wir eine größere Sache. Da ist mal das Riese die Birke geplant. Von Gräse nach Prag. Und so ist die Schichte dann. Ja. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was hier alles noch kommt. Die nächste zehn Jahre dann. Dann sage ich nur eins. Servus. Und nochmal dann schön an euch. Die sind die Wespe. Das sind jetzt zur Zeit dann schlimm, die Wespe bei uns. Aber die will auch mal mit auf den Film. Aber dann sage ich dann nur eins. Servus, meine Freunde. Und macht weiterhin viel Spaß mit eurer Aktivigkeit. und dann weiterhin viel Spaß mit meinem Kanal. Dann eure Bergwolf.